Die ganze Innenseite von den Fuß. Und wir werden schneller. Und schneller. Und dann komplett. Wir zählen bis 30. Das ist so schade, wie wir das verlieren im Alltag. Dann versuchst euch auch an den Schuhen. Wir atmen. Die Arme sind glücklich. Ich hab heute mal gepunktet. Erstmal entspannen. Und wir fahren an, um unsere Arme auszuholen. Wichtig ist, dass die Hände sind. Wir spreisen komplett die Hände. Wir haben Kraftaufwand in den Armen aufbauen. Und uns absetzen. Und fünf. Reihung. Gut, gut. Wenn ihr das interessiver möchtet, dann machen wir uns die Ängel, wo wir sie hineistanken. Und wir machen wieder die Arme auf. Sieben Fragen. Auf mir sagen wir uns doch gerne an.